So! Manu! Weiter geht's! Das war natürlich voller Absicht, dass ich die Hämme genommen hab, weil ich die Würste aus hier kommt. Ach, jetzt mach weiter und... Bist du bereit? Ja, nein, dafür kann man nicht bereit sein. Oh Gott, dann küsst dich! Boah! Ach, scheiße, wir sind so komplex! Boah! Eieieiei, das ist eigentlich so schlecht. Ach, Fresse, du Arscher! Jedes Mal, wenn du dein saublödes Maul aufmachst! Echt, ich hasse das! Ernsthaft! Das geht mir so auf die Eier! Hält ich mich nicht durchweg mehr wie ich! Kann ich doch nicht ahnen! Ich würde dir auch gerne mal ne Mütze geben! Was kann ich nicht? Mach einfach weiter, wir müssen nach oben! Oh mein Gott! Weeeeeeeet! Ach, die Eierm-Frau, ich muss gerade sagen, mein Gott! Was ist hier? Meine Fresse, ey, was für ein Schei... Oh! Einer! Oh Gott! Ähm... Ich muss gerade sagen... Nein! Ja, du hast ihn gekriegt! Du hast ihn gekriegt! Junge, du bist so behindert, Alter! Du musst auch mal ein bisschen mitdenken! Ich wollte ihn ja holen, aber ich war zu weit rechts! Oh, du warst zu weit rechts! Heilige! Du bist gerade rausgekommen, wenn du ihn holen können! Ich habe das nicht gepeilt, dass die Lava nachkommt! Oh, ja, ja... Ich war zu dumm für diese Welt! Ja! Menno! Daumenhof, wenn ich nicht dumm bin! Pssst! Tausend Daumen runter! Die Lava nachkommt! Ja! Ja! Jaua! Ja! 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 Vielleicht hätte ich ihn noch Babbel lassen sollen. Aber es ist eigentlich alles noch nicht noch Babbel. Bööööö. Achso, ich krieg's dir ja. Eieieieiei. Oh scheiße, was ist das denn? Ich hab mich verarscht. Das geht in die andere Richtung. Eieieie. Wenn du jetzt... Wenn ein Speicherpunkt kommt, nimm ihn. Nee, es gibt immer nur einen. Hast du das schon? Sei doch, hey, Knappe! Ja, das ist falsch. Ich nehme den Fuß. Schitten! Was? Das ist falsch, ich habe eigentlich nur drei. Das ist, wie gesagt, umgedreht. Ja, ja, ist klar. Oh Gott, hab ich jetzt raus. Oh Gott, ey, hier ist Himmel. Ist das spannend, ey. Wenn er mal hochlässt und Sport macht, stirbt er. Wenn du bei sowas, wenn du vom Knappe drücken schon aus... Nein, das ist einfach... Mit Fiebern. Genau so wie die Opponenten. Ich habe gerade drei Opponenten zur Hölle geschickt. Äh, in den Himmel, natürlich. Ja, natürlich. Oh nein. Hey, cooles Wetter. Kommt. Donnern. Yippie! Ich weiß nicht, was mir mehr leidt mit Mario oder die Schraube. Oh, was hat er hier, wenn ich jetzt vorher noch abgucke? Oh Gott. Oh Gott. Oh Mann. Ich weiß nicht. Help me too. I don't. I only help myself. Hey, ein gutes Stück geschafft. Zwei. Oh Mann. Oh Mann. Wollte dich als Safe Point. Oh. Ja dann aber bitte an einer Stelle wo... Hier zugleich. Zähchen. Mein Bärchen. Oh nein, jetzt kommt wieder zu. Oh. Du bist doch draufgeblieben, warum bist du denn... Weil ich abgeschossen worden wäre, im Idiot. Was ist denn scheiße hier? Du bist vielleicht hoch manchmal. Ah, das ist schon das Ziel. Gott, wenn du nicht immer so eine Scheiße machen würdest. So, der letzte Kampf. Ah, der bleibt jetzt oben, Michael. Ja, hoffentlich für das Ding. Oh, scheiße. Na, hier willst du mich vielleicht wieder runtermerken? Wieso wieder? Weil du mich eben fast runtergeworfen hast. War doch keine Absicht. Na, ob Absicht war oder nicht. Das geht nicht zu mir, du. Das wollen wir nicht. Das wollen wir mal genauso. So, okay. Das ist was für die Geile, das Tier. Das ist so, hätten wir es öfter machen. Oh, ja. Oh, ja. Ich hab Gott, ich schmerz' vor die dummen Stuhl, hey. Du sitzt wenigstens an der Lene. Ich sitze schon den ganzen Tag ohne. Weißt du, wie scheiße sie mir eigentlich alles tut? Das ist ja nicht. Nee, ich glaub nicht. Oh. Das tut mir leid, Stippe. Vielleicht hätte das geurigestimmt davon. Ja, Mutti. Ja, wir wissen's. Ich hatte das Level zu beschissen. Wir haben NS kapiert. Die Leute verstehen diese G-Stick, okay? Okay, der eine muss oben drehen, der andere unten. Jetzt springt der ein bisschen oben, ey. Ja, sagen sie aber, dass ich runterfülle, oder was? Ja, ne, nicht Angst. Eigentlich ziemlich viel Glück halt bei dir. Wuhuu, Super Mario! Wieso springst du mir auch auf den Kopf? Ja. 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 Ich hab das jetzt da hoch. Dann bitte mal nicht babbeln. Was, was du gesagt hast. Ich weiß, was wir gerade babbeln ist, was du gesagt hast. Ja, naja, ja, 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 ja. Ja, 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 ja.. 4 nicht aufgabend ich muss noch mal doch nicht und nein ich habe noch nicht ja ich glaube mit dem Punkt Boah, Männer glauben immer größer ist gleich besser. Oh, der war's. Männer haben keine Ahnung. Juhuhuhu! Schanden? Uuuuh, nein. Vorsicht! Ich weiß nicht, was du da reinkriegst. Fölf, 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 fölf. Oh, Mann. Okay, der kommt ja an. BAM! Ja! Ja! Uua! So weit er spuckt, die lasse ich, äh, spuckt hoch. Oh, die blauen Putscher, ey. Ja, wie auch ein Super Nintendo. Ich kann dafür eh nicht viel... Tschüss! We did it! We destroyed the ship! Yeah! Und diesmal ist kein Kamek da, um uns darunter zu stürzen. Nee, der hat mit der Prinzessin's Fluch. Ah, spielt durch. Ja, natürlich. Ja, ist doch nur Easy Mode, das Spiel vorbei. Ja, sag ich doch. Schwuler Kamek. Aber ihr beide seid so trötend. Ah, Kopfschütteln. Äh, ich weiß. Ich trage mich, ob sie sich über sich selber erlangen. Wahrscheinlich wollen sie Peach opfern, um alle Menschen der Welt gegen Kupers zu bewandern oder so. Aha. Ach so. Leute, ihr habt ein Flugschiff. Das Kampf ist ja gemeint, ob wir mal Schloss bombardieren. Ich mein deswegen, aber... Uh, guck mal, wir könnten da rüber kommen, aber... Nee, wir steigen aus dem Schiff aus. Heiliger. Wir gehen lieber die Treppe, die es jetzt gibt, oh mein Gott. Heiliger. Scheiße. Wie lange geben wir auf? Äh, wir haben jetzt 10 Minuten mit Feuer. Ich würde sagen, wir machen jetzt Schnitt und dann geben wir ja in die nächsten Party ins Borderschloss. Ja, würde ich auch sagen. Tschüss. Äh, weh. Ich will save you. Bis jetzt. Buh.